Sag mal, wieso arbeitest du nicht? Ich denke hier gerade drüber nach, was hier eigentlich so passiert. Der Poliert tritt dem Maurer gleich in den Arsch, der hat passiert. Nee, ich meine doch hier auf der Baustelle, ja? Da arbeiten so Typen wie ich, arbeiten nebeneinander, schichten hier Stein auf Stein, wissen gar nicht warum. Und auf einmal entsteht hier was, ein Gebäude. Was? Das ist doch irre, das ist nur ein Stein, ja? Aber im Verbund mit den anderen Steinen und dem Mörtel, da entsteht hier ein Heim, eine Heimat. So bist du besoffen oder was? Und irgendwann wird hier in diesen Mauern, die ich errichtet habe, eine Familie vielleicht wohnen. Vater, Mutter, zwei Kinder. Hier wird gelacht, gelebt und gepoppt werden an dieser Wand. Da wird vielleicht ein Hochzeitsfoto hin oder Kinderbilder auf dem Boden. Da werden junge Hundetollen auf dem Boden, den wir verlegt haben. Ist dein erstes Krematorium, oder? Ist dein erstes Krematorium, oder? Puh!